oder sind es wieder das ist Schöder verletzt wieder um Kostner so vordert die Siege noch gar keine also kein mit einem Fleisch von Kühnen aber er hat die Truppen guter Mann ist es war ein Fleisch so ein Mann Kuport Job noch nicht sucht arm steigert aufbrechen wie wird ein eigenerißig durch die Sammlung es hat sich ja auch mal kurz zu mehr aber hier kann man auch ganz drücken kraft es also für meinschaften alte lebenden sch�ag zu sehen schon bei den da in Loro Soll ich das mal, also, Minecraft normal anschauen? Das ist echt krass. Dann hatte ich das Gefühl, man ist in einer weglosen Welt. Ja genau, das rückt Daniel an. Oh mein Gott. Gut. Habe ich gleich mal weggedrückt. Weil ich den jetzt gerade nicht brauchen kann. Denn, hier sind die Monster noch richtig stark. Skelette schießen nicht so schnell, aber dafür machen sie tausend Schaden, ja. Gut, dann. Da ist ein Hühnchen! Ein Hühnchen! Ein Alpha-Hühnchen! Stirb! Oh, die geben auch noch kein Fleisch. Die haben auch nur... Okay. Das heißt, unsere einzige Nahrung wird Schweinefleisch sein. Aber ich bin noch Vegetarier! Ach ja, da hinten sind noch Schweine. Ich muss mir echt überlegen, wie ich schnell da hinkomme. Da brauche ich ja tausend Parts, bis ich da hinkomme. Oh, das hat gar nicht getroppt. Und das ist auch hier so gewohnt, dass man hier Erfahrung kriegt von einem Schwein. Also von allen. Bekommt man aber nicht. Das ist echt krass. Gib mir dann Schweinefleisch. Ich bin der Mützger. Oh, man hat ja auf jeden Fall Fleisch genug. Und hier hat man auch noch die alten Sounds, wenn man hier irgendwo runterfällt. Witzig. So. Oh, das sieht ja schön aus. Hallo, Viecher! Oh, Leute, wir sind doch gestorben. Also es sieht wirklich so aus, dass die Keilen falsch droppen.